h und kommt schon zu der wachsatz dort an im dritten ja er hat wird laut ich brauche genau so viel und bei uns vergleichbar und mir bin ich sicher für den stück der gleiche oder mehr überwarten wenn ich nicht später gut oder was ist das nicht mehr Schafe, die können wir auch gut gebrauchen Schütt und Essen gibt es bald mehr drauf das ist jetzt nicht so toll erstmal fail 3 passt ja und 1, 2, 3, 4 das ist wunderschönen Boden kann ich das dann ändern das Terraforming ist ziemlich langweilig aber wir wollen das ja ordentlich aussehen oder? wir wollten das ja nicht das machen wir gleich schon eine kleine Miele bei uns also einen kleinen Keller ähm no, fail dann noch eins mit 7 ich hole mir doch eins wir haben die Dorf gefunden, wie geil wir haben den Benz wir haben schon ein Dorf gefunden lol das ist auch eines von den Herausforderungen, die es gab ich finde ein Dorf was haben wir getan? wir haben ein Dorf gefunden das nenne ich doch mal Glück mit Feldern und Karotten und was weiß ich noch allem das ist perfekt, das ist perfekt ich habe schon einen perfekten Seed abgekriegt oder einen sehr guten Seed abgekriegt also ich habe mir, wie ihr gesehen habt, kein Seed eingefügt, ich kann sogar immer machen äh, Seed ein zufälliger Seed, nicht meiner ja nicht den, den ich hätte nehmen können denn theoretisch, wenn ich gewollt hätte aber dieses Challenge dann eher blöd genommen hätte nur so um alle, um alle zweifelmal auf die Seite zu schieben da wäre das, dafür hey, so retten wir mit uns 15 Sekunden wow, Alter, so wenig wir wollen nicht, wir wollen elf Bücher haben wir wollen auch leider elf wieder komm, komplett war das noch frei du willst so was geht dafür mhm ich will den Humorazis da hin ähm ja na, kann ich jetzt nicht hören ich will die Kartoffeln aber unbedingt aufbehalten ähm, was ist das mit den Zielen öffnen genau, finde Kartoffeln alter, ernsthaft wir haben jetzt drei Ziele schon erreicht wenn ich doch das Haus fertig baue in dieser Folge haben wir vier Ziele erreicht ähm, ja, das ist für uns nicht ähm, ja, das ist für uns nicht da rollt das Schweine wie, wenn die Leute sagen würden da ist das mal was haben die hier nicht das war das nein, das war das ne, das war der nicht sowieso hoffen haa zürfe in der Welt danke ja ja jetzt müssen sie uns 11 es ging ein Kompass ernsthaft das ist nicht wert das ist es nicht wert oh lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus bitte ich bin grad tiefe Zufriedenheit das nur weil ich jetzt schon Kartoffeln Villagerdorf äh den Emerald hab ich gekriegt ähm wir haben Bett im Unterschluss baue ich auch gleich noch oder ich könnte theoretisch auch hier so ein Teilnehmer das ist langweilig oh fail oh ähm einen lass ich noch da weg aber ich glaub ihr stimmt mir zu das ist richtig viel Glück dass wir hier gleich schon alles gefunden haben was wir brauchen dann ist das schon wieder Nacht so das wäre dann mal ganz gut das Dorf richtig in Sichtweite wie sie sagen so die Cheekons E-Muster dran glauben für ein besseres Leben da wird es mit dabei jo wenn es mit dabei ist gut dann geh ich grad wieder zurück zum Haus und das wird von der Schirm nach der roten Boden für die nächste so das legen ist das mit dem boden fertig ich habe richtig bock darauf hier gerade aufzunehmen aber unser akazien setzen und ich glaube muss man auf monsterjagd gehen was steht da und mit schlug für ein platz mit ein haus mit platz für in für ofen und dingens und dingens jolo alle tieren bis auf das pferd mit kommt mit ich hoffe wir wollen dann schon nicht weiter was wir noch ein kleines loch für die türen höhle super da soll ich nicht mit mir kommt nicht mit mir ehrlich ich war euch alle ihr habt keine chance das monster gegen mich ich bin der master des ich bin mir ein bisschen was und zack und zack und komm her komm her komm her und jetzt noch zack und zack das Kind und Kind kommst du mit ja kommst du mit ja kommst du mit so leicht ist die haupttiere aufgesehen von hühnchen werden alle von ich war jetzt angezogen werde nicht so zähl es geht ganz weit woher sieht wir sind schon bei 26 minuten ich muss mich nicht aufführen wenn die leute die jetzt gerne noch weiter geschaut hätten wer kommt hier? wer kommt hier? wer kommt hier ihr chickens? hey das füllen nicht hm wirst du da wohl reingehen? hey du, komm mal mit, komm mal mit, ja komm mit, ja komm mit, ja komm mit ne, ich schwöre, dass wir jetzt da ne, ich schwöre, dass wir jetzt da tipp das chickens will nicht gut, man muss dafür umsterben ja, wir könnten mal ganz kurz darüber schauen nochmal ich weiß nicht, irgendwie komme ich mir heute leise vor richtig leise ne, ne dann ein paar mal zufeln dann nehmen wir noch das hier mit also falls hier irgendwie, auch das Intro ohne, es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern das ist das Problem ist halt eben, ich will nicht um die Geld dafür ausgehen, ich warte bis ich mit Abos habe oder so und dann kaufe ich mir eins, oder hol mir eins jetzt kommt bestimmt wieder diese Leute, die denken, ja bei YouTube verdient mir noch immer nur 5,5,5,5 äh, nee, vergiss, vergiss, ich hab nicht kein Google Adsensekonto, da ich nicht verstehe, wie das läuft und das kommt noch irgendwie komisch vor darunter deswegen, ja da war es drin egal, komm mit gott 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 hm a 20 Uhr hat das nicht überhaupt ein Problem. Oh, ist ja süß, jetzt liebt es auch noch. Wenn ich da jetzt noch ein zweites Hühnchen reinkriege, dann wäre das perfekt. Ihr komm mit, ihr komm mit, ihr komm mit. Hm, der Katzenbruch hat gewachsen, ist sehr gut. Hallo. Und so, und so, und zack. Oh, das haben sie wieder bewiesen. Ähm, hä? Genau, die sind in der Wand erstickt. Egal. Wir hätten auf jeden Fall schon mal ein paar Ziele erreicht. Oder wir haben schon mal ein paar Ziele erreicht. Na, was das macht? Das ist meine Kiste. Zack, zack. Und dann stehe ich hier alles rein, was ich nicht brauche. Ach ja, dann könnte ich euch noch die Rolle holen. Ja, ich weiß, ich könnte eine Hühne zu machen, wie ich wollte. Aber ich will grad nicht. Wartet mal. Ich glaub, den hier muss ich noch nicht mehr Platz geben. Wenn da, wenn es auch nicht verraten wurde, dann geht es dann noch die Hege und das dann auch noch mal machen. So, na, so. Das passt doch schon viel besser. Nein. Du kommst da nicht raus. Nein. Was? Das ist doch noch irgendwas dran, oder? Schau mal, vielleicht würden wir ja eisen oder so. Dann scheint nicht. Ich glaub, viele von euch sind jetzt sagt, äh, du hast ja, äh, Kohle war sie eher, äh, Fickt euch. Ist mir doch egal. Braucht keine Kohle. Noch nicht. Und uns wird schon wieder Nacht. Hier wird zur Menschheit, ich muss doch schnell nacht. Also kommt Zug hochbau, eingesammelt und, oh man. Genau. Ne, ihr braucht noch, so, und dann, wir nochmal ganz kurz hier den Boden fertig zu vermitteln. Okay, das geht doch nicht. So, dann schlafen wir nochmal. Hä? Lol. Attack! Ups. Was? Was? Wie ist das? Was? 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 So, die stelle ich mal, ne, und zwar auf den Sandstein stelle ich das mal, das ist die Tour die ich brauche, da wird alles, äh, weil der alles zählt, terminal pack ich da mal rein, Kartoffeln, die will ich noch behalten, und da will ich nämlich ein Feld anfangen, ach ja, wir müssen dann aber auch noch ein paar Fische fangen, das ist das anstrengendste, glaube ich, wie viel Geduld man da haben muss, echt, fällenportal bauen, ist leicht, ne, da war es so, warum, ist leicht, wie oft ist er denn, soll ich sagen, wir planen, was wir hier alles haben, der Breakdance, oder, egal, jolo, 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 und so, was ich nur schön ich habe nicht überzogen sorry dafür ich mach die nächste Folge ein bisschen kürzer wir sehen uns das nächste Mal